Die Schule ist aus, man kommt von der Arbeit nach Hause und was kommt jetzt? Die Abendroutine. Ja, man hofft natürlich immer, man muss nicht noch irgendwelche Schulsachen machen oder vom Laptop sitzen oder sonst irgendwelche Sachen, auf die man wirklich gar keinen Bock hat, aber leider kommt es so, man möchte eigentlich gar nicht mehr aufstehen vom Bett, aber man rafft sich auf und schafft noch irgendwas Produktives. Allerdings ist die Motivation nicht ganz so vorhanden, deswegen bleibt man meistens doch im Bett, schaut sich irgendwas auf YouTube an oder auf Instagram und denkt sich so, okay, ich hätte jetzt eigentlich echt keinen Bock mehr, mich aufzuraffen und möchte eigentlich nur im Bett bleiben und chillen und schafft es dann gerade eigentlich nur noch so, sich irgendwas Leckeres zu essen zu machen und einfach versuchen zu ignorieren, dass man auch so viel zu tun hat. Das Essen, das Glück dann auch halbwegs, aber es ist wenigstens gesund und schmeckt eigentlich auch ganz gut, deswegen ist alles in Ordnung. Ja, so oder so ähnlich sieht auch mein Abend aus. Allerdings fangen wir uns immer von vorne an. Und zwar, ich komme dann erstmal von der Schule nach Hause, muss mein Zeug ablegen und bin erstmal todesmüde, aber ja gut, es ist Schule vorbei, das ist der einzige Lichtblick an diesem Tag und deshalb nutze ich die erste Chance und gehe erstmal auf mein Zimmer. Also lege ich meine Schuhe erstmal beiseite und sprint in mein Zimmer. Ich sage euch, diese Treppe, wie oft ich hier schon hochgerannt bin, ich weiß es nicht, aber es ist oft genug gewesen. Ich sage euch, die Freude ist unbeschreiblich, wenn ich durch mein Zimmer komme, an einem langen Schulter, gerade wenn ich bis 17 Uhr noch in der Schule war. Ich sage euch, das ist ja der absolute Horror. Aber beiseite davon. Ich chill dann erstmal auf meinem Bett und räume mich da hin und her, muss manchmal ein bisschen aufpassen, sonst fällt man runter. Ja, so in etwa. Das ist auf jeden Fall nicht so elegant, aber ignorieren wir mal. Ich bleibe dann erstmal so eine halbe Stunde gefühlt auf meinem Bett liegen und chill erstmal mit meinem Handy. Und ich sage euch, das ist so entspannt erstmal, aber ich glaube, das machen wir alle. Von dem her bin ich dann erstmal so auf Instagram oder auf YouTube unterwegs und ignoriere die Tatsache, dass ich unfassbar viel zu tun habe, aber wer tut das nicht, würde ich mal behaupten. Irgendwann ist dann aber auch genug, das heißt, Handy beiseite, trinke erstmal einen halben Liter Wasser, inhaliere den fast und merke schon, okay, ich muss mich hier auf dem Bett legen, es war zu viel. Nee, aber ich fühle mich dann schon viel besser, gehe dann erstmal runter und mache mir was sehr leckeres zu essen. An diesem Tag hatte ich nicht so großen Hunger, deswegen habe ich mir ein Rührei gemacht. Ich weiß nicht, ob das für euch jetzt viel ist oder nicht. Für mich war es jetzt eigentlich eher wenig, aber war auf jeden Fall sehr lecker. Ich habe mir da erstmal eine Paprika geschnappt und die kleinen Stunden, da war es schon ein bisschen angedatscht. Ich habe dann weggeschnitten, ging aber. Genau, habe dann eine Tomate noch klein geschnippelt und drei Eier verrührt. Ich habe dann schon gemerkt, okay, das passt nicht, ich muss ein bisschen strecken. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man mit Milch das einfach streckt? Ja, ich habe dann einfach noch das ein bisschen gesalzen, Salz, Pfeffer kennt man ja und das war es dann auch schon. Ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut gewesen. Also genau, muss man einfach ein bisschen verrühren und dann in die Pfanne hauen. Ich meine, wie man ein Ei bräte, wisst ihr, glaube ich, muss ich nicht erklären. Aber ja, einfach dann das Gemüse drauflegen. Ich wollte dann richtig fancy so ein Omelette machen und das dann so halb zudecken, sage ich jetzt mal. Ist nicht so ganz geglückt, wie man schon sehen kann. Da ist das Ei ein bisschen rausgelaufen, aber ja, hat irgendwie hingehauen. Das sieht jetzt nicht so unfassbar nice aus, aber ja, ich habe es jetzt auch schon oft genug gesagt. Es schmeckt ultra geil. Ich habe da auch noch ein bisschen Käse reingemacht. Habe ich ein bisschen vergessen, aber hat auch so hingehauen. Ich habe mich da erst mal auf mein Bett gepflanzt und habe mein Ei gegessen und dabei Modern Family geschaut. So gefühlt zum 10.000 Mal schaue ich diese Serie gerade. Aber ich fühle die einfach total und man kommt da so gut runter. Ich bin einfach so erledigt, wenn ich von der Schule komme, dass ich da erst mal dachte, okay, ein bisschen Modern Family. Damit kann ich mein Gehirn ein bisschen ausschalten und einfach ein bisschen entspannen. Und habe dann natürlich noch ein bisschen auf Social Media gechillt und ein bisschen geschaut, was ich heute verpasst habe an diesem schönen Tag. Es hat auch geschneit draußen. Es sah so malerisch aus und ich musste Schulsachen machen. Geil. Auf jeden Fall habe ich dann realisiert, okay, ja gut, jetzt ist es wieder Zeit für die Schule. Habe mich deswegen erst mal aufgerafft und wieder an meinen Schreibtisch gesetzt. Manchmal kann ich selbst nicht glauben, dass ich noch, wie ich dann wirklich aufraffe und wirklich noch was mache. Allerdings, wenn man sich dann in die Schule geht, dann fühlt man sich auch schlecht, wenn man dann nichts getan hat. Deswegen, ja, habe ich mich dann doch noch dazu selbst überredet und was am Laptop gemacht. Wir haben da so eine Plattform, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch habt über Quarantäne. So, ich sage jetzt nicht den Namen, aber halt, wo man dann die Aufgaben vom Lehrer bekommt. Aber übertreiben wollen wir es ja auch nicht. Deswegen habe ich noch ein bisschen in meinem Video geschnitten, ein bisschen was für mich gemacht und die Zeit noch ein bisschen genossen, die ich an diesem Abend hatte, bevor ich dann wieder ins Bett musste, von dem her würde ich euch auch empfehlen. Macht irgendwas, was euch Spaß macht, wirklich irgendwas, ganz egal, kocht was, backt was, spielt irgendwas, macht Sport, I don't know. Aber irgendwas wird es schon geben, was euch Spaß macht, deswegen genießt den Abend noch ein bisschen. Ich war noch irgendwann mal fertig, war noch richtig happy und dachte schon, okay, ich kann gleich ins Bett gehen. Aber, ja, nee, ich muss noch ein bisschen mich abschminken und fertig machen. Und genau, das mache ich dann auch gleich mal. Zuerst nehme ich da meinen Schmuck ab und, ja, meine O-Ringe, meine Ketten. Das einzige, was ich nicht abnehme, ist meine Kreuzkette, die ziehe ich eigentlich nie aus. Ich kenne meine Haare auch erstmal gründlichst durch. Das ist nach einem langen Schultag immer sehr, sehr nötig. Wenn der Winter dann auch gerade kommt oder da war, dann ist es immer noch mal ganz kritisch mit den Haaren unterm Schal. Aber, ja, in dem Fall ging es jetzt einigermaßen. Ich musste mir den auch immer dann erstmal noch in einen Dutt zusammen machen, weil meine Haare sonst überall sind. Gerade, wenn man ein Gesicht waschen will oder sich abschminken will. Was ich dann immer noch mache, ist, ich mache mein Pony weg. Das sieht immer sehr, sehr lustig aus, aber, ja gut, das muss sein. Da benutze ich dann immer so eine Klammer. Und, ja, wie ihr seht, die sieht da sehr sexy aus. An dieser Stelle hatte ich die grandiose Idee, euch ein bisschen zu educaten und, ja, euch ein bisschen ein paar wichtige Informationen über das Abschminken zu geben. Denn unsere Haut ist wirklich immer irgendwelchen Schadstoffen ausgesetzt. Also sowohl in der Natur als auch zu Hause oder sonst irgendwo. Selbst wenn du dein Handy bedienst oder irgendwas isst gerade, deine Haut ist immer irgendwelchen Bakterien ausgesetzt. Deswegen ist eine richtige Abschminkroutine auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und gerade aktuell, ich meine, die ganze Situation mit den Masken ist unglaublich schlecht für eure Haut. Ich meine, ihr atmet die ganze Zeit eure Haut an, was absolut nicht fördernd ist für eine reine Haut. Deshalb achtet auf jeden Fall darauf, euch vielleicht mindestens einmal am Tag, gerade vielleicht abends, wenn ihr schlafen geht, dann abzuschminken. Also nicht nur das Make-up abzunehmen, sondern auch die ganzen Bakterien. Also selbst wenn du dich nicht schminkst, dass du dich abends nochmal dein Gesicht wäscht und wirklich deine Haut reinigst von allem, was es an dem Tag aufgenommen hat. Was hier allerdings trotzdem wichtig ist, dass es nichts zu aggressives ist. Denn selbst Haut, die sehr unter Unreinheiten leidet, also gerade wenn man Akne hat oder sowas, dann ist es, gerade dann ist es eigentlich wichtig, nichts zu aggressives zu benutzen. Und deine Haut versucht sich von innen heraus zu schützen. Und wenn du deine Haut austrocknen lässt oder mit aggressiver Abschminkcremes von außen zu reinigen, dann versucht deine Haut automatisch noch mehr Teig zu produzieren, um dem entgegenzuwirken. Von dem her, benutze irgendwas Mildes, wie zum Beispiel eine Abschminkmilch oder Reinigungsmilch oder einen Schaum oder irgendwas Sanftes. Ich finde gerade, also persönlich ist meine eigene Meinung, dass Gels eher austrocknend wirken. Ich weiß aber nicht, vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen gemacht. Aber achtet wirklich auf die Inhaltsstoffe, achtet darauf, was das Produkt verspricht. Also gerade wenn drauf steht irgendwie Reinigt-Porentief gegen Pickel oder gegen Unreinheiten, dann ist es meistens austrocknend. Weil eben es so funktioniert, die Pickel werden natürlich von der Creme ausgetrocknet, eure restliche Haut aber auch. Und aus diesem Grund produziert eure Haut dann noch mehr Talg. Deshalb achtet darauf, dass es wirklich was Sanftes ist. Ich kann euch auch mal aufschreiben, was ich persönlich empfehle. Ist natürlich aber nur subjektiv. Also wenn ihr das nicht so sieht, dann müsst ihr natürlich auch nichts dazu machen oder sagen oder so. Auch als Creme danach würde ich nichts zu Fettiges empfehlen. Man würde ja meinen, wenn die Haut genug Fett oder genug Feuchtigkeit von außen bekommt, dann produziert sie nicht so viel eigenes Fett. Was auch irgendwie stimmt, aber wenn du zu fettige Cremes benutzt, dann kann die Haut nicht atmen. Das heißt Poren verstopfen von der Creme, was natürlich du nicht willst, weil dadurch bekommst du natürlich wieder Pickel. Deshalb benutze etwas Leichtes, was nur Feuchtigkeit spendet und nicht zu fettig ist, damit die Haut nicht darunter erstickt, sag ich mal. Das kann natürlich aber auch von Haut zu Haut variieren. Kommt wirklich ganz auf einen Hauttyp an oder auch in welcher Jahreszeit ihr wie reagiert. Also ich meine im Winter ist die Haut meistens pflegebedürftiger, weil die Luft einfach viel, viel trockener ist und dadurch selbst austrocknet. Aber schaut am besten, was für euch am besten da funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen in diesem kleinen TED-Talk hier. Aber genau, sagt mir irgendwelche Anregungen, falls ihr was dazu habt in den Kommentaren. Okay, weiter geht's. Also natürlich habe ich mir auch noch vorschriftsmäßig drei Minuten meine Zähne geputzt und habe mich dann auch noch umgezogen. So kann ich ja nicht schlafen gehen. Und habe mich dann auch so gegen elf ins Bett gelegt. Ich versuche zwar halb elf, aber es wird meistens dann doch eher elf. Und ja, das war es auch schon mit meiner Abendroutine. Es ist eigentlich immer meistens in der Art läuft es ja ab. Kommt nur darauf an, wie ich am nächsten Tag Schule habe, sodass ich dann später oder früher ins Bett gehe. Ansonsten ist es im Endeffekt eigentlich immer so. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr nehmt so ist, dann gebt mir nur gerne einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Ciao, ciao! Ciao, ciao!